Ah, dankeschön. Aber ich kann's probieren. Ach, scheiße. Ich habe bei deiner Erziehung versagt. Entschuldigung, tut mir leid. Aber es ist wichtig, dass du verstehst, dass es nicht böse gemeint war. Du bist mein Sohn. Ich liebe dich. Ich war zu sehr damit beschäftigt, aufzupassen, dass nichts Schlimmes passiert. Ich habe nicht darüber nachgedacht. Frieden? Shake hands. Ich kann nicht glauben, dass ich erst jetzt danach frage, aber... Wie geht's mal? Ist sie... Nein, nein, nein. Deiner Mutter geht es gut. Wir dachten, es wäre sicherer, uns für diesen Job zu trennen. Du gehst immer vom Schlimmsten aus. Hm. Aus gutem Grund. Kann ich ihr wenigstens Hallo sagen? Tut mir leid. Zu riskant. Vielleicht wenn wir fertig sind. Gut. Wenn wir fertig sind. Ist ja schon mal ein Anfang. So. Können wir ihn von der Klippe stoßen? Okay, können wir nicht. Schade. Dem Versuch war es wert. So. Energiequelle. Oh, Desmond, da bist du ja. Tust du mir einen Gefallen? Wenn's sein muss. Vielleicht. Wenn das vorbei ist, würde ich gern das Rad im Animus zurückdrehen. Also, ganz zurückdrehen. Bis zur Zeit der ersten Zivilisation. Und du glaubst, das geht? Es gab auch keine echten Probleme, als du Altair besucht hast. Allerdings waren das nur ca. 1000 Jahre. Und ich habe vor mindestens 70.000 zurückzugehen. Klar, ich wäre dabei. Wäre interessant zu sehen, wie es damals so aussah. Exzellent. Ich glaube, das wäre sehr aufschlussreich. Das wird nix. Und so fing also alles an. Was machst du denn da? Ich frische meine Geschichtskenntnisse auf. Naja, so nennen sie es. Die bringen einem komische Sachen bei in den Staaten. Zum Beispiel? Na, all das Gerede über einen Revolutionskrieg. Dabei war es ein Bürgerkrieg. Naja, nicht so ein Bürgerkrieg. Ich meine, es war nicht Amerika gegen England. Es war Brite gegen Brite. Und man kann deutlich erkennen, wie das alles anfing. Ein Krieg verursachte den nächsten. Du meinst den siebenjährigen Krieg? Genau. Die Krone hatte sich verausgabt, um die Franzosen abzuwehren. Hatte sich enorm verschuldet dabei. Im Glauben, dass die Kolonisten helfen sollten, die Last zu tragen, wurden neue Steuern erhoben. Das war eine vernünftige Forderung. Auch wenn das Parlament dabei nicht sehr diplomatisch vorging. Es ist doch nicht fair, Menschen für einen Krieg zu besteuern, den sie nicht wollten. Was? Den sie nicht wollten? Hast du George Washington nicht bei Edward Braddock bemerkt? Er steckt ja da noch mittendrin. Also hier gibt die Krone, wer weiß wie viel Geld aus, um das Land für die Kolonisten zu schützen. Und wenn sie dann selbst um Hilfe bittet? Also du musst das so sehen. King George und die Kolonisten gehen zusammen essen, klar. Und als die Rechnung kommt, bittet George sie, sich zu beteiligen. Ist ja fair. Aber bedenke, dass sie ihr Essen jahrzehntelang gratis bekamen. Die Kolonisten sagen nein. Sie bestehen darauf, dass sie nur Wasser und einen kleinen Salat hatten. Dabei ist der Tisch voll mit halb gegessenem und leeren Weinflaschen. Und als der König darauf hinweist, was tun sie da, die Kolonisten? Oh, sie kippen den Tisch um und stürmen aus dem Restaurant. Wahrscheinlich, um später wiederzukommen und es niederzubrennen. Und wo ist der Teil, in dem der König die Kolonisten mit der Waffe bedroht und verlangt, dass sie für alle im Restaurant bezahlen? Klar, klar, ja. Interessanter Blickwinkel. Falls er eine Waffe zog, und da bin ich nicht sicher, dann erst nach dem hundertsten Versuch, sie dazu zu bringen, einen fairen Anteil zu bezahlen. Aber wie definiert man einen fairen Anteil? Mit Krieg offensichtlich. Okay, können wir noch was? Das ist grad interessant. Ich frag mich, wie viele Orte wie diesen es noch gibt. Es gibt Dutzende davon. In der ganzen Welt. Und irgendwie hat vor uns nie jemand einen gefunden? Ich glaube, das stimmt nicht. Damals war Abstergo sprach Widdig davon, Entdeckungen von Nicht-Templern zu vertuschen. Und sicher hat Abstergo selbst einige gefunden. Was die alles wissen müssen. Bereust du, dass du bei uns bist? Nein, ich freue mich darauf, den Bastarden in den Arsch zu treten, damit ich in ihr Archiv abtauchen kann. Können wir noch mehr? Geht's noch weiter? Ich glaube, ich habe eine Spur zu einer anderen Energiequelle gefunden. Später, Desmond. Ich stecke hier mitten in was Wichtigem drin. Ja, das ist eine Regel. Befolge diese Regel einfach immer. Okay. So, wir können schön quatschen. Können mit dir eigentlich noch was quatschen? Haben, haben wir je versucht, Frieden mit den Templern zu schließen? In unserer Geschichte gab es solche Momente. Einige sogar. Aber es ist unmöglich. Es gibt existenzielle Unterschiede. Unüberwindbare. Gäbe es eine Einigung, wäre es weniger ein Frieden als eine Unterwerfung. Aber im Wissen, was passieren wird, würde es nicht Sinn machen, mit Wichtig zu reden. Eine Übereinkunft, auch wenn sie nur vorübergehend wäre. Wir wären so beschäftigt, uns zu belauen, dass wir nichts erreichen würden. Stell dir das vor. Im Krieg sind wir produktiver. Haben wir je versucht, jemand einzuschließen? Dasselbe, was sie bei uns mit Lucy machten? Oder mit Cross? Haben wir. Und das klappte nie. Wir schickten Leute, die entweder zu schwach waren und umgedreht wurden. Oder zu stark. Und das Spiel nicht durchhielten. Es kommt mir vor, als würden wir dasselbe wollen. Wir benutzen dieselben Wörter, aber mehr ist es auch nicht. Am Ende geht es immer um die Freiheit. Wir suchen sie, die hassen sie. Und so kann der Kampf niemals enden. Nicht bis eine Seite komplett verschwunden ist. Ist das überhaupt möglich? Wahrscheinlich nicht. Unsere Gruppen bestehen in der einen oder anderen Form seit... naja, seit immer. Aber es kann besser werden als jetzt. Und das ist schon mal was. Noch mal mehr reden. Wir sind weggelaufen. Kam ja sehr ehrlich rüber, ey. Glaubst du, Lucy hat bereut, was sie getan hat? Ich dachte immer, ich kenne sie gut. Aber das war wohl nicht der Fall. Ich kann dir einfach nicht ehrlich antworten. Aber sie schien so aufrichtig. Als ob sie wirklich einen Unterschied machen wollte. Ja, als ich ihn das erste Mal traf, dachte ich dasselbe von Cross. Es passiert einfach immer und immer wieder. Was passiert? Na alles. Dreh mir jetzt bloß nicht durch, Desmond. Nein, schon gut. Schon gut. Keine Sorge. Okay, also du solltest vielleicht zurück in den Animus. Wir müssen den Schlüssel finden. Alles klar. Es ist blöd, ey. Also egal was da gerade geht, wurde ich... Wir sollten wohl zu Connor zurück. Keine Ahnung von den anderen Teilen. Deswegen weiß ich auch nicht, wusste nicht ganz genau, um was es da ging. Assassin's Creed 30 ist halt das erste, was ich hiervon spiele. Beliebige Taste. Ja, komm. Na los, Sohn. Wir haben zu tun. Achso. Ich muss da hinten in den Animus. Okay. Können wir noch was reden? Ich weiß, ihr haltet mich für bescheuert. Aber ich habe den Eindruck, dass uns jemand beobachtet. Nö, kann sein. Wir werden beobachtet. Von Juno. Oder einer Form von mir. Glaubst du, es ist ein Offener? Oder ist es ein Geist? Oder irgendetwas anderes? Spricht sie mit uns wie Minerva mit Ezio Sprach? Keine Ahnung. Wer weiß, woran wir hier unten noch gearbeitet haben. Es gibt so viele Räume, die wir noch nicht betreten können. Aber glaubst du, sie ist wirklich da unten? Und wartet. Irgendwo. Lebendig. Noch am Leben? Das ist lächerlich. Das hieß sie ja, sie wäre mindestens 75, 80.000 Jahre alt. Sie war mächtig, klar. Aber nicht so mächtig. Sie suchten hier nach Wegen, um zu überleben. Vielleicht hatten sie Erfolg. So. War's komisch, Cross zu sehen? Was meinst du? Für dich ist es anders. Du weißt wahrscheinlich nicht, was geschehen ist. Er war sehr lange Zeit. Sehr wichtig für uns. Er war eine andere Person. Sean. Sean sagt er, er war ein Doppelagent. Wie Lucy. Es war anders. Sie hatte die Wahl. Aber Cross... Wenn du die Akte liest. Abstergo hat... Sie... Sie haben ihm schreckliche Dinge angetan. Rebecca? Du hast Glück. Wie wir alle. Es gibt Menschen, die sich um uns kümmern. Die auf uns achten. Er war ganz allein. Und die, denen er vertraute, haben ihn benutzt. Hast du ihn gekannt? Nein, ich... kannte nur Hannah. Wer ist das? Sie wollte ihm helfen. Sie traute ihm. Doch letztes Jahr gab es einen Überfall. Sie blieb zurück, während die anderen flohen. Sie wollte mit ihm reden. Versuchen, alles in Ordnung zu bringen. Was ist passiert? Was glaubst du, was passiert ist? Sie ist tot. Er hat sie getötet. Das ist alles, was er kann. Manchmal scheint es, als sei es das Einzige, was wir alle können. Rebecca? Ist grad so ein bisschen... Ich sag nix und höre nur Dialoge an. Aber muss auch mal sein. Ich wär im Moment lieber allein. Boah, ja. Ist ja gut. Meine Güte. So. Hallo Connor. Viel Glück, Desmond. Ich bin am Start. Das muss ich herausfinden. Denn nur, wenn ich meinen Feind kenne... Connor! Ich hoffe, ihn aufzuhalten. Hast du einen Moment? Natürlich. Sieh dir das an. Was ist das? Ein Zheng Bao. Oder Pfeil am Seil, wenn du willst. Eins der vielen Designs, die Shaoyun uns gab und... Verzeih. Daran müssen wir noch arbeiten. Erstmal alles demolieren, ey. Das können wir. Da sind wir ganz groß drin. Kannen Doko. Ja, mein Freund. Was führt dich her? Sind alle wohl auf? Vorerst. Wie meinst du das, was ist denn? Männer kamen und sagten, wir müssten gehen. Das Land sei verkauft worden und die Konföderation hätte zugestimmt. Wir schickten einen Boten, doch sie hörten nicht auf uns. Ihr müsst euch weigern. Wir müssen dem Häuptling gehorchen. Doch du hast auch recht. Wir können die Heimat nicht aufgeben. Hast du einen Namen? Weißt du, wer verantwortlich ist? Man nennt ihn William Johnson. Wo ist Johnson jetzt? In Boston. Er bereitet den Verkauf vor. Verkauf? Das ist Diebstahl! Connor, pass auf! Diese Männer sind mächtig! Was soll ich sonst tun? Ich gab meinem Volk ein Versprechen! Wenn du darauf bestehst, das zu tun, dann surre Sam Adams in Boston. Er kann dir helfen. Was hast du getan? Wenn mein Volk in den Krieg zieht, wird als Zeichen dafür ein Kriegsbein in ein Pfahl getrieben. Ist der Krieg vorbei, wird es wieder entfernt. Warum nimmst du nicht deinen Baum? Haha! Berechtigste Frage aller Zeiten, ey! So! Mit Hinkebein, okay! Wo ist Hinkebein? Halt, da, 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 da! Okay, jetzt ist dieses Symbol da, das will ich jetzt machen. Hallo, jetzt spring da runter. Meine Güte! So, jetzt ist dieses Symbol da, jetzt können wir anscheinend irgendwas machen. Hoffe ich mal, mal schauen, was es hier so bringt. Oder ist es innen drin? Es ist innen drin wahrscheinlich. Es ist, ne, okay, es ist innen drin. Dann schau ich noch mal rein ins Haus kurz. Wenn du mal bitte runtergehen würdest. Danke! Okay. Bitte einmal rein und danke! So, was gibt's jetzt hier? Und wer bist du? Sag an Kind, ich bin dabei! Ich glaube, dass die Zeiten, in denen wir leben, für zukünftige Generationen sicherlich von großem Interesse sein werden. Wie auch immer es ausgeht, in Anbetracht dessen will ich die Geschehnisse in dieser Siedlung festhalten. Ein Tagebuch, unsere Lebensweise in dieser Übergangszeit. Um dem Bild Farbe zu geben. Was meinst du dazu? Wenn ich mal einen Moment habe, helfe ich dir. Sehr gut. Gut, ich habe einen Moment. Also, helfe mir dir. Ähm... F halten, um Einwohner zu analysieren und Informationen über die... Ah, okay, wir müssen jetzt also diesen komischen Leuten da. Und F drücken. Probieren wir es doch gleich mal aus, würde ich sagen. Ich könnte jetzt drin ein Spiel spielen, aber ganz ehrlich... Ich will, ich habe gewonnen und ich will mir das nicht kaputt machen. Es wäre zu töricht, sich das jetzt einfach kaputt zu machen. Weil ich gehe in die falsche Richtung. Oder... Ich muss doch... Ne, ich muss da hinten lang. Da kommen wir zu der anderen Siedlung. Ob ich jetzt mal... Warte, Kuh? Okay, nein. Wie gesagt, da stand, Kuh heißt Pferd rufen. Sieht mal, wie das funktioniert, ey. Arg, was? Was ist los, ey? Ja, wenn es sein muss. Mission starten, hoppla.